Norddeutscher Rundfunk 2021 Du fährst? Ich muss fahren, ja Kannst du fahren und fragen? Dieses tolle Ding angeblich, was verhindert Dass der Wind da reinkommt Du Miguel, erste Frage, wart kurz Da gibt's ja so einen Knopf hier für dieses Wind-Ding Du weißt, da gibt's eine Währung mit dem Hund Wo die Ohren so flattern Wenn ich das mit dem Ohr probieren will, kannst du dir vorstellen Ich habe ja keins, merke das nicht Merkst du jetzt irgendwas bei den Ohren? Ich habe jetzt auch keine Segelohren Deswegen merke ich jetzt auch nicht sehr viel Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr deutlich zu spüren wird Wenn wir gleich auf der Autobahn sind Gut, dann werden wir es später probieren Jetzt gibt's ja schon wieder Idioten, das habe ich heute gehört Wo ich mich ja vehement ist queren muss Die sagen Jetzt haben Sie das Auto für den Miguel so umgebaut, dass er fahren kann Jetzt kann der andere nicht Da habe ich gesagt, das ist ein riesen Blödsinn Ja, aber das kannst du besser erklären Ja du, ich kann das eigentlich nur so erklären Dass egal wann, wie und wo, in welchem Team und wo ich gefahren bin Das Team eigentlich nie ein Auto jetzt spezifisch auf mich gebaut hat Sowohl Nico als auch ich beschweren uns über die gleiche Problematik Also insofern, wir haben beide die gleichen Probleme Und haben auch die gleichen Vorstellungen, wie sich Dinge entwickeln müssen Das ist eigentlich hilfreich und gut für's Team Für's Team, ja Harmonieren der Nico und ich sehr gut miteinander Und bringen das Team damit nach vorne Du, was mich wirklich interessiert ist Kurze Frage, ich will überhaupt nichts aus meinem Leben dich jetzt fragen Wie du aufgehört hast Bei Ferrari hat gesagt, ich habe jetzt einmal genug Was war damals der Grund? Oder was war die Motivation zu sagen, ich will jetzt nicht mehr? Die Motivation war einfach, dass keine Motivation mehr da war, um weiter machen zu wollen Weil es gab nichts mehr, was ich erreichen konnte Es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht Das war natürlich auch immer so ein Drumherum Was einen nach all den Jahren ein bisschen müde macht und zermürbt Genau Was da so am Umfeld Eben, da geht's jetzt nicht nur um die Medien Da geht's um das Testen, da geht's um Verreisen Da geht's um alle möglichen Dinge Natürlich auch die Medien, natürlich auch unangenehme Umstände manchmal Die machen die einfach müde Da sagst du, du, warum? Es gibt so viele schöne andere Dinge, die möchte ich jetzt mal genießen Das habe ich diese drei Jahre lang gemacht und habe da auch sehr viel Spaß dran gehabt Was natürlich jetzt schon deutlich spürbar ist und das war auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe Ist zu sagen, warum nicht jetzt nochmal was Seriöses zu machen Ich habe jetzt drei Jahre lang rumgespielt mit allen möglichen Spielzeugen Und fühle mich noch jung genug Natürlich aufgrund dieses Sommers, ich auch festgestellt habe, es hat nicht viel gebraucht Um wieder so alle Sensoren wachzurütteln und das wieder halbwegs hinzukriegen War ich dann eben der Meinung, dass ich das jetzt nochmal machen könnte Weil die Kombination raus-mach-zehn ist, ja, aufregender war Da war die Basis richtig da, wo du dich gleich wohlgefühlt hast Das kann ich jetzt sinngemäß probieren Genau, da habe ich gute Anhaltspunkte, da weiß ich, wo ich stehe Und da habe ich eben auch das Gefühl, dass das Sinn macht Weil ich wäre jetzt nie zu irgendeinem neuen Team gegangen oder McLaren oder sonst irgendwas Wo ich nicht weiß, wo ich da plötzlich mich befinde So, meine Frage, ich habe ja immer vorgesagt, ein siebenmaliger Weltmeister kommt von einem anderen Niveau Und du wärst ja nicht siebenmal Weltmeister, wenn du nicht siebenmal besser bist Ich übertreibe jetzt für alle anderen Wie viel hast du von dem wirklich noch mitnehmen können, um gleich mit diesen jungen Typen, die jetzt da sind, gleich einmal mitzufahren? Es gibt wahrscheinlich nicht allzu viele, die mit einem Fluchtzeug überhaupt noch in der Lage sind, mit den Jungs mitzufahren und überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein Ich glaube, dass es das nach wie vor von mir sein kann So, und jetzt konkret ist ja Folgendes hier passiert Dass der Red Bull ja mit einer unglaublichen, sag ich jetzt einmal, Geschwindigkeit fährt Wenn du jetzt hinter denen nachfährst oder die irgendwie vergleichst Habe ich nicht geschafft! Wo glaubst du, sind die stärker mit deinem Auto? Das Gesamtpaket wahrscheinlich Ja, es ist immer ein Gesamtpaket Es ist nicht eine Sache alleine Aber es ist schon hauptsächlich die Aerodynamik, die bei Red Bull extrem gut funktioniert Das sind schnelle und mittelschnelle Kurden Da sind sie extrem stark im Verhältnis Der Sebastian und der Matri holen natürlich auch das Optimum raus aus diesem Auto Muss man ja auch mal sagen Es ist ja nicht nur, dass das Auto toll ist, sondern die Jungs, die fahren ja auch da entsprechend Aber um es noch mal zu sagen, also ich finde es schon angenehm mit dem Gegner Du bist zwar ziemlich langsam gefahren Ja, danke!